Wie soll man mit 18 oder 19 wissen, was man den Rest seines Lebens machen möchte? Ich habe die Ausbildung hier angefangen, weil ich vorher hier auf dem Apo-Team gearbeitet habe während meiner Schulzeit und das Interesse wurde bei mir auf jeden Fall geweckt, als ich die ganzen verschiedenen Locations gesehen habe und wie man Raum verwandeln kann. Und da bin ich so ein bisschen heiß auf Partyrent geworden. Moin, ich bin der Pei, ich bin 23 Jahre alt und mache eine Ausbildung zum Lagerlogistiker bei Partyrent. Im Großen und Ganzen war die Ausbildung sehr abwechslungsreich, weil wir in der Ausbildung einfach jede Abteilung durchlaufen. Wir haben ein großes Lager, da sind wir mal tätig. Dann natürlich im Vertrieb, wo der Hauptaugenmerk der Ausbildung draufliegt, also zur Veranstaltungskaufwahl in dem Fall. Und man lernt einfach tatsächlich jede Abteilung kennen, das finde ich total gut, weil in meinem Fall, ich habe mich dann komplett umorientiert, also bin gar nicht da gelandet, wo ich mich eigentlich für beworben hatte. und ja, das finde ich total spannend, weil man wirklich jede Ecke des Unternehmens kennenlernt, jeden Ablauf kennenlernt und mit den Leuten einfach auch in Kontakt kommt. Ich würde tatsächlich jedem, den ich kenne, eine Ausbildung hier bei Partyrent empfehlen, einfach weil du lernst alles, was diese Branche betrifft. Du hast ein riesen Spektrum, was du kennenlernst und du hast einfach wirklich ein cooles Team, was ich extrem wichtig finde. Man geht gerne zur Arbeit, man lernt extrem viel, man hat Weiterentwicklungsmöglichkeiten und das finde ich extrem wichtig. Deshalb würde ich wirklich jedem nahelegen, komm zur Partyrente. Ich freue mich und habe, es ist ein ganzes Verstander zu haben. Ich freue mich. 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 Ich freue mich.